Aus der Kulinarios Serie präsentieren wir Ihnen heute eine Reibe, die keine Wünsche mehr offen lässt. Die Trommelreibe mit vier Trommeln und Saugfuß für besonders festen Halt. Dieses Multitalent unterstützt Sie bei der Zubereitung von Vorspeisen, Hauptspeisen und leckeren Desserts. So einfach geht's. Reibe aus dem Küchenschrank holen, an Ihren Platz stellen, den Saugfuß arretieren und Ihre Trommelreibe steht sicher und fest. Die feine Trommel bietet sich an, um Zitronenschalen, Ingwer, Parmesan oder Meerrettich besonders fein zu reiben. Frisch geriebener Meerrettich über frischem Lachs. Ein Genuss. Ideal für Soßen, Suppen und Desserts. Fein geriebene Nüsse für Ihren Kuchen oder zur Abrundung Ihres Desserts. Der Wechsel der verschiedenen Trommeln ist kinderleicht. Die Kurbel einfach links herum drehen, die Trommel herausnehmen und durch eine andere ersetzen. Nun die Kurbel wieder rechts herum festdrehen und schon zaubern Sie einen tollen Rohkostsalat aus frischem Gemüse. Gesünder und frischer geht's nicht. Reiben Sie frische Kartoffeln und machen Sie Ihre eigenen leckeren Reibekuchen oder selbstgemachten Kartoffelbrei. Probieren Sie Ihr Nudelgericht doch mit selbstgeriebenem frischem Parmesan. Ein Muss für jeden Pasta-Freund. Aber das ist noch lange nicht alles. Bereiten Sie einen frischen Salat mit wunderbar dünnen Scheiben zu. Oder frische Bratkartoffeln. Mh, ein Genuss. Einfacher als mit der Trommelreibe geht es nun wirklich nicht mehr. Sehen Sie selbst. Na dann, guten Appetit. Das robuste Kunststoffgehäuse ist nach jedem Gebrauch ganz einfach zu reinigen. Die Trommelreibe mit Saugfuß, sicherer Halt, einfacher Trommelwechsel, einfache Reinigung. Drei zusätzliche Trommeln erhältlich. Unterstützt Sie beim Zubereiten von Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts. Jetzt mitnehmen!